Jürgen Lunginger, Trainer der Regionalliga-Mannschaft. Wie war denn so der Eindruck, der Bobfahrt hier auf der herrlichen Bahn in Winterberg? Ja, hervorragend. Ja, ich meine, es ging schon sehr gut los. Ja, tolle Einführung, die Bahn gezeigt. Und jetzt die Fahrt war natürlich schon ein tolles Erlebnis. Ja, hat man nicht jeden Tag sowas. Ich glaube auch für die ganze Mannschaft eine tolle Erfahrung. Und ja, hat riesen Spaß gemacht. Wollen Sie das bei Ihnen bleiben? Wie ist denn jetzt momentan Ihre körperliche Verfassung? Ganz gut, ja, ganz gut. Der Adrenalin, ja, hat sich positiv umgewandelt. Und nee, es ist toll. Ja, Sie haben das eben gesagt, das wäre eine gute Erfahrung für Ihre Mannschaft. Lassen Sie uns einmal über den Sinn und Zweck dieser Fahrt von Gelsenkirchen nach Winterberg sehren. Was steckt da genau hinter? Ja, wir fangen jetzt wieder an. Wir haben gestern mit dem Training angefangen für die Rückrunde. Für uns wird es noch ein schwerer Weg. Ja, wir stehen ziemlich weit hinten. Und da ist auch wichtig, dass die Mannschaft dann als Team zusammenwächst. Ja, und dafür machen wir so eine Sachen. Das hat sich hier super angeboten, ja, durch die Einladung auch. Und den ganzen Tag, wenn man hier zusammen ist, dann und auch so eine Fahrt, ja, wo der eine oder andere vielleicht schon Angst vorher hatte und gesehen hat, Mensch, ist alles möglich, ja, wenn man den Mut dazu hat. Also eine Teambildungsmaßnahme, die wichtig sein kann im Kampf gegen den Abstieg. So sieht es aus, genau. Dankeschön. Bitte. Danke. Danke. Untertitelung. BR 2018